Hier sehen wir zwei Weibsbilder in ihrem natürlichen Habitat. Sie leben in einer Symbiose und stärken sich so gegenseitig. Weibsbilder von Bitches und Queens. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Willkommen zurück zu unserem Podcast. Weibsbilder. Von Bitches und Queens. Ihr habt es gerade gehört. Im zweiwöchentlichen Takt könnt ihr uns hören. Wir sind der Podcast über Herstory Lessons. Ja, 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 ja. Und zwar geht es bei uns um Frauenbiografien. Frauen mit Sternchen. Spannende, bekannte, unbekannte Frauen aus der Geschichte werden hier zweiwöchentlich vorgestellt. Mal stellt die Vero mir ein Weibsbild vor, mal stelle ich der Vero ein Weibsbild vor. Ich bin die Vero. Ich bin die Stefanie. Genau, mir gegenüber sitzt die wunderbare Stefanie. Mir gegenüber sitzt die atemberaubende Vero. Ach Gott, die atemberaubende. Schnappatmung. Weil ich mit Vero in einem Zimmer sitze. Dann sitzt mir gegenüber die Steamy Stefanie. Dampfend heiße. Ist dampfend ein Kompliment? Ja, also es ist mir jetzt gerade eingefallen, weil es diesen englischen Begriff gibt. So hot, it's steaming hot. Aber funktioniert das bei uns? Ich weiß nicht. Du bist so dampfend. Also was immer ihr euch zu Hause gerade darunter vorstellt, ich dampfe gar nicht. Also wie ihr merkt, wir brödeln ab und zu auch ganz gerne miteinander herum. Aber zwischendurch geben wir auch Infos. Und ja, das Spannende an unserem Podcast ist, dass wir uns gegenseitig immer eine Person vorstellen und die jeweils andere weiß nie, was auf sie zukommt. Das stimmt, das stimmt. Und im Anschluss an die Biografie plaudern wir noch oder diskutieren wir noch oder informieren wir noch über ein Thema, das mit der Biografie ein bisschen verwoben ist, aber oft aktuell ist, oft politisch ist, oft feministisch ist. So läuft die Sendung ab. Und in dieser Folge habe ich ein großes Glück, weil ich mich einfach berieseln lassen kann. Nein, 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 nein. Du musst dich schon noch konzentrieren. Nein, so ist das nicht, berieseln. Na gut, ich darf reagieren auf deine wunderbare Recherchearbeit und auf dein Thema und auf dein Weibsbild. Ich bin echt gespannt, was auf mich zukommt. Ja, 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 dann legen wir los. Madame et Messieurs, nun zum Porträt eines Frauenzimmers, einer Weibsperson, einer Eva-Stochter. Liebe Vero, ich fange gleich direkt an und rede gar nicht drum herum. Ich sage gleich, um welches Weibsbild es geht. Direkt, so ganz ohne. Weil ich vermute, du wirst sie eh nicht kennen. Da wirst du wahrscheinlich recht haben damit, ja. Kennst du Kate Warren? Nein, glaube ich nicht. Ich kannte sie auch nicht. Und ganz, ganz viele Leute kennen sie nicht. Was natürlich, wie so oft bei uns im Podcast besprochen, damit zu tun haben kann, dass während ihrer Lebenszeit viel Sexismus geherrscht hat, dass Frauen nicht so gesehen wurden. Es kann aber auch damit zusammenhängen, dass sie ihren Job sehr gut gemacht hat. Ja, sie sollte unbekannt bleiben. Sie sollte anonym bleiben. Genau. Kate Warren ist nämlich die erste weibliche Detektivin. Oh, wow. Was für ein cooler Beruf. Ja. Sehr cool. Das heißt, sie hat wann gelebt? So in den... Seit dem 19. Jahrhundert gelebt. 1850er, sowas? Ja, genau. Da hat sie gelebt, ja. Spannend. Also sie wurde 1830 oder 1833 so um den Dreh geboren. Mhm. In Aron, New York. Allerdings weiß man über ihre ersten Jahre fast überhaupt gar nichts. Alles, was man weiß, ist, dass sie relativ jung, nämlich mit 23, bereits Witwe wurde oder zumindest behauptete, Witwe zu sein. Und Warren wohl der Name ihres Ehemannes, also ihr Ehename war. Und ihren Geburtsnamen kennt man gar nicht. Ich verstehe. Es gibt auch keine bestätigte Fotografie oder Abbildung von ihr. Mhm. Also es gibt Bilder, wir werden auch ein Folgenbild haben. Aber das ist kein verifiziertes, bestätigtes Bild. Sie war halt auch viel undercover unterwegs. Und da wäre es natürlich auch blöd, wenn irgendwo in Zeitungen oder irgendwo Fotos von ihr aufgetaucht wären. Das stimmt natürlich. Nur kurz Zwischenfrage. Weißt du, wie lange es den Beruf des Detektivs schon gibt? Also wie lange Männer das vor ihr gemacht haben, bevor sie dazu gekommen ist? Es gab auf jeden Fall dann schon Fulltime-Spionage, Fulltime-Detektive, gab es dann schon auch ab dem 16. Jahrhundert eigentlich. Wow. Also es hat wieder mal zwei Jahrhunderts ja gedauert, bis Frauen auch so einen Beruf ausüben konnten oder durften. Es hat lange gedauert. Es hat lange gedauert. Und wie es dazu kam, dass eine Frau Detektivin wurde, ist nämlich auch ganz interessant. Ja. Ich bin ganz gespannt. I'm all ears. Sie ist einfach in ein Detektivbüro gegangen und hat gesagt, sie will Detektivin werden. Ah! Das hat sich früher keiner traut. Das ist auch das erste Mal, dass man von ihr überhaupt gehört hat und dass man was von ihr erfährt. Das war im Jahr 1856. Da ist sie in das Büro eines gewissen Alan Pinkerton gegangen. Der hatte kurz davor inseriert, dass er Detektive sucht. Und da ist sie einfach hingegangen und hat gesagt, sie möchte einen Job. Er hat gesagt, ich suche aber gerade gar keine Sekretärin. Aha, na klar. Und sie hat gesagt, ich will auch nicht Sekretärin werden, ich möchte Detektivin werden. Eher dann so, ja, aber Frauen, die machen das eigentlich gar nicht und das gibt es überhaupt nicht und das ist voll unüblich und ich weiß gar nicht, ob die sowas können. Eher nein. Aber umso besser, oder? Das war auch Kates Argument. Die war nämlich auf diese Diskussion sehr gut vorbereitet. Ja, kann ich bedenken. Wenn jemand damit rechnet, dass ich Detektiv bin, dann kann ich meine Arbeit doch hundertmal besser machen. Auf jeden Fall. Und ihre anderen Argumente waren, dass Frauen an Plätze kommen, wo Männer nicht hinkommen. Mhm. Dass Frauen ein besseres Auge für Details hätten. Mhm. Das möchte ich jetzt nicht so allgemein stehen lassen, aber das waren jetzt ihre Argumente. Mhm. Und dass vor allem viele Männer vor Frauen immer angeben wollen mit ihren Heldentaten und auch freiwillig Sachen erzählen. Da mag sie nicht Unrecht haben. Und das ist heute noch so. Und außerdem können sich Frauen auch besser mit den Ehefrauen der Freundinnen der verdächtigen Zielpersonen anfreunden und auch über diese Ecke quasi Informationen einsammeln. Das heißt, der Sexismus dieser Zeit macht Frauen unsichtbar und somit zu perfekten Detektiven. Das stimmt. Wirklich? Na gut, dass sie das machen wollte. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und gut auch, dass sich Alan Pinkerton da überzeugen hat lassen und sie angestellt hat. Mhm. Ich frage mich, wie viele Frauen das vorher schon probiert hatten und halt gescheitert sind daran. Ja, das kann schon sein. Also ich glaube schon, dass Pinkerton war da sehr offen und das war auch so seine Gabe und sein Glück, dass er da für neue Sachen einfach offen war und kreativ auch war. Aber viele solche Chefs wird es nicht gegeben haben. Jetzt nicht gegeben haben und es kann natürlich auch sein, weil man ja auch einfach mit diesem Rollenbild auch selbst als Frau so aufwächst, dass man vielleicht auch gar nicht so viel auf diese Idee auch gekommen sind. Also es war ja nicht so, du kannst alles erreichen und du kannst jeden Job haben, den du haben willst, sondern... Du holst dir einen Mann und bekommst Kinder. Genau. Und dieser Gedanke von, ich könnte aber was ganz anderes machen oder ich könnte in eine Männerdomäne eintreten, das war wahrscheinlich auch gar kein Gedanke, der so präsent war. Genau. Umso cooler, dass sie sich diese Gedanken gemacht hatte. Auf jeden Fall nochmal kurz ein paar Details oder ein paar Infos zu Ellen Pinkerton. Er war ein schottischer Einwanderer. Ursprünglich war er Fassbinder. Er ist dann nach Chicago. Dann hieß er eigentlich Pinkerton. Ich kann kein Schottisch. Entschuldige, fahr fort. Das heißt, ich soll was nicht schämt. Es klingt überhaupt nicht schottisch übrigens, by the way, falls ihr euch gerade denkt, wow, die zwei können ja richtig cool Akzente nachmachen, können wir nichts. Oder falls ihr Schottin oder Schottinnen seid und euch gerade... We're terribly sorry. Terribly sorry. Auf jeden Fall war er ein schottischer Fassbinder und er ist nach Chicago emigriert und ist dort zur Polizei gegangen und hat es bis zum Deputy Sheriff geschafft und schließlich im Anschluss dann seine eigene Detektei eröffnet, seine eigene Agency. Wie ich schon gesagt habe, er ist da eben auch sehr offen und er stellt sie ein und er lässt sich dann auch, wie wir in weiterer Folge hören werden, von ihren Leistungen so überzeugen, dass er dann auch das Female Bureau eröffnet, also eine Abteilung, wo nur Frauen arbeiten. Das heißt, Kate ist auch nicht lange alleine als einzige Detektivin und sie wird dann auch die Leitung dieser Abteilung übernehmen. Und er ist dann auch der Erste, der später auch People of Color als Detektive einstellt. Ja, Wahnsinn. Gleich doppelt progressiv. Gleich doppelt progressiv. Und das eben, wir befinden uns, um das nochmal historisch einzuordnen, wir befinden uns jetzt noch in der Zeit vor dem Civil War. Das geht halt bis nach dem Bürgerkrieg, dem amerikanischen. Das heißt, es war auch Zeit der Sklaverei noch. Genau, da ging es dann um das Ende der offiziellen Sklaverei. Hat sie auch Women of Color angestellt eigentlich in ihrer Female Love Bureau? Ja, bei einem ihrer wichtigsten Fälle war auch eine Women of Color ihre Kollegin, mit der sie zusammengearbeitet hat. Ich bin voll beeindruckt. Ja, Pinkerton war schon cool. Sehr impressed. Und sie war auch cool. Aber bis jetzt hat sie noch nicht viel gemacht, außer gut zu diskutieren und ihn zu überzeugen, dass sie da vielleicht gut weiterkommt als Detektivin. Denn jetzt bekommt sie zuerst einmal ihren ersten Fall, wo sie sich auch beweisen muss. In Montgomery, Alabama sind bei der Adams Express Company 50.000 Dollar verschwunden, was einem heutigen Wert von 1,5 Millionen Dollar entsprechen würde. Hauptverdächtiger ist ein Mitarbeiter namens Nathan Maroney. Das sind also schöne Detektivnamen und Krimi-Namen auch. Pinkerton und Maroney. Das stimmt, ja. Das ist schon echt nett. Genau. Also Nathan Maroney ist der Hauptverdächtige. Und Kate nimmt jetzt also das erste Mal eine neue Identität, ein Elias an. Und zwar das einer Southern Belle. Oh. Southern Belle. Southern Belle, genau. Also einer Südstaatenschönheit, inklusive Südstaatenakzent. Da ist sie wohl sehr talentiert. Bei Akzenten sind die Leute immer sehr heikel, wenn der eigene Akzent nicht gut imitiert wird. Aber sie kommt im Süden als Südstaatenschönheit gut durch. Und sie freundet sich mit Mrs. Maroney an. Wie sie schon angekündigt hat im Gespräch mit Pinkerton über die Frauen und Freundinnen. Dann findet man Zugang zu den Verdächtigen. Und sie, die Southern Belle, klagt Mrs. Maroney ihr Leid. Ihr Verlobter ist leider im Gefängnis wegen Fälscherei. Und Mrs. Maroney tröstet dann die Southern Belle mit den Worten, mach dir nichts draus. Dein Freund ist zwar im Gefängnis, aber mein Alter, der ist auch nicht ganz astrein. Der hat voll viel Geld hinterzogen. Und ich sage dir auch noch, wo er es genau vergraben hat. Oh. Und damit konnte dann Kate 80% der Summe wiederfinden, die vermisst wurde. Und das war halt ein riesiger Erfolg. Und Nathan Maroney wurde seiner Tat überführt. Das ist lehrend. Das finde ich super. Von dieser Leistung hat Pinkerton überzeugt, jetzt mehr Frauen anzustellen und eben dieses Female Bureau zu starten. Und sie übernimmt da die Leitung und lernt da die Frauen auch an. Aber sie möchte trotzdem weiterhin Fälle übernehmen. Sie hatte ja auch noch nicht so viele. Und sie geht weiterhin undercover in den Einsatz. Captain Summer hat einen schlimmen Verdacht. Jemand trachtet ihm nach dem Leben. Und zwar beschuldigt er seine Schwester Annie und den Liebhaber Mr. Padmore, dass die seinen Tod planen. Und er wendet sich in seiner Sorge an die Detektei Pinkerton. Und kurz darauf taucht eine geheimnisvolle Wahrsagerin in Annies Umfeld auf. Und diese Wahrsagerin, das sagt der Annie, die Zukunft voraus. Und die weiß ganz private Sachen über Annie, die niemand weiß. Und Annie denkt sich da, wow, die ist richtig gut, die ist giftet, die hat die Gabe und das dritte Auge, zu der muss ich öfter gehen, das wird jetzt meine Vertraute, diese Wahrsagerin. Ich verstehe. Du weißt, wer eigentlich die Wahrsagerin ist. Ja, das kann ich mir denken. Die Frage ist, wie kommt sie zu diesen Informationen, mit denen sie sie überzeugen kann? Sie arbeitet ja in einer Detektei und da wird ihr zugearbeitet. Und auch natürlich der Auftraggeber, der Bruder, gibt auch Informationen weiter. Ich verstehe. Also sie erfährt über Pinkerton, über Selbstrecherche und so private Sachen über Annie. Und gibt sich dann als Wahrsagerin aus. Gibt sich dann als Wahrsagerin aus. Spannendes Konzept. Voll. Aber das weiß Annie natürlich nicht und sie ist eben total begeistert und vertraut sich dann dieser Wahrsagerin so an, dass sie sogar ihre ganz geheimen Pläne ihr erzählt. Und zwar möchte sie und ihr Liebhaber zunächst Mrs. Petmore, also die Ehefrau ihres Liebhabers, umbringen, um dann heiraten zu können und zusammen zu sein. Und danach wollen sie Annies Bruder umbringen, um ihn zu beerben und dann reich zu sein. Wusste ich auch nicht, dass man seiner Wahrsagerin erzählt, wen man vorhat umzubringen. Ja, also da hat sie Kate wirklich geschickt eingefädelt. Ich weiß nicht, sie hatte da sicherlich eine Gabe, konnte gut zuhören und hat die Leute zum Reden gebracht. Na, servus. Auf jeden Fall, leider, 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 für Mrs. Petmore kam jede Hilfe zu spät. Sie wurde ermordet, aber eben der Käpt'n wurde gerettet und Mr. Petmore wurde zu zehn Jahren Haft wegen des Mordes an seiner Frau verurteilt. Nun aber zum wichtigsten Fall in Cates Karriere. Wir befinden uns ja, wie angekündigt, kurz vor dem Sezessionskrieg. Also es ist Norden gegen Süden, Union gegen die Konföderation. Yankees gegen Südstaatler. Genau, ja. Und es geht eben, wie wir gesagt haben, um das Thema Sklaverei, um ganz viele unterschiedliche, sehr komplexe Themen, die da in diesem Krieg ausgetragen wurden. Und eben, wir sind noch vor dem Krieg, allerdings diese Konflikte, die sind bereits da und es brodelt bereits. Und es gibt bereits Scharmützel. Und jemanden, den diese Scharmützel ganz besonders betreffen, das sind die Railroad Companies, also die Eisenbahnstrecken. Da werden Züge gesprengt oder Leitungen unterbrochen, um eben da für den eigenen Vorteil und für das eigene Fortkommen der eigenen Sache zu kämpfen. Und Pinkerton ist von diesen Railroad Companies oft engagiert, um da diesen Sachen nachzugehen, denen ein Ende zu setzen oder sie zu verhindern. Und nun gibt es in diesem Kontext um die Railroad Companies eine neue Bedrohung, allerdings nicht gegen einen gewissen Zug oder auf einer gewissen Strecke, sondern gegen eine Person ganz speziell. Und zwar, ein gewisser Fahrgast soll in einer tagelangen Reise von Illinois nach Washington reisen, um dort als 16. Präsident der USA angelobt zu werden. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, genau. Soll mit dem Zug, er ist schon elected, also er ist schon gewählt, aber er ist noch nicht im Amt. Und dafür soll er jetzt nach Washington D.C. reisen. Und es kommen Gerüchte auf, dass ein Attentat auf ihn geplant ist. Das Ganze ist bekannt unter dem Begriff Baltimore Blot. Und zu diesem Zeitpunkt gibt es noch gar kein Secret Service, es gibt keine Geheimdienste, gar nichts. Es gibt die Polizei, allerdings greift man in solchen Fällen lieber auf private Detekteien zurück, weil die Polizei eher so für die Alltagskriminalität zuständig ist. Aber so wichtige und große Aufgaben werden damals lieber in private Hände gelegt. Das heißt, an und für sich reist Abe Lincoln alleine. Und eben der Railway-Chef, der schaltet den Pinkerton ein, damit der einfach da auch ein Auge drauf hat, weil einfach diese Gerüchte da sind. Und Pinkerton schickt seine stärkste Waffe, nämlich Kate. In Baltimore taucht nun abermals eine Southern Belle auf, Mrs. Cherry. Und sie mischt da bald in den Society Events der Stadt mit und steht mit einem schwarz-weißen Ribbon am Revers immer da. Dieser Ribbon, der drückt ihre Unterstützung für die Südstaaten aus. Das heißt, es ist ganz klar, da ist eine Frau, die kommt offensichtlich aus dem Süden, die hat einen Südstaaten-Akzent und sie trägt auch mit Stolz das Symbol der Südstaaten. Dieses Band, genau, schwarze Band. Und so gerät sie an eine Gruppe von Männern, die dann irgendwann ganz ohne Genierer vor ihr die Pläne besprechen, wie man verhindern wird, dass Abe Präsident wird. Und der Plan, der sich da eröffnet, der ist so simpel wie unfehlbar. Und zwar ist es so, dass in Baltimore Lincoln dann in einen anderen Zug wechseln muss. Und das ist nicht nur an einem anderen Gleis, sondern das ist ein anderer Bahnhof. Das heißt, alle Passagiere müssen dann in Baltimore bei dem einen Bahnhof aussteigen, eine Meile zu Fuß gehen oder mit der Kutsche fahren, um dort wieder in den anderen Zug einsteigen zu können und weiterzufahren. Und da soll das dann passieren, dieses Attentat. Es wird zwar Polizei da sein und die sollen auch darauf aufpassen, dass dem zukünftigen Präsidenten nichts passiert. Aber die kann man ganz leicht ablenken, indem man einen kleinen Tumult, eine kleine Streiterei veranstaltet. Dann laufen wir dorthin. Abe steht alleine da und dann soll der Mob über ihn herfallen und er soll erschossen werden. Um auszuwählen, wer den erschießt, werden Lose gezogen. Und das Los mit dem roten Punkt darauf, das ist der, der die Ehre hat, den zukünftigen Präsidenten zu erschießen. Allerdings denken sich da die Macher dieses Komplotts, wir machen einfach mehrere Lose mit einem roten Punkt rein. Dann schießen einfach mehrere Leute auf den und irgendeiner wird schon treffen. Nun weiß eben Kate von diesen Plänen, Pinkerton weiß von den Plänen, die Railway Station, alle versuchen auch auf Lincoln einzureden, dass er diese Reise unterbrechen soll und die Route ändern und auf jeden Fall halt nicht nach Baltimore reisen soll. Aber der ist einfach auch schon Shitstorms gewöhnt und Todesdrohungen sind bei ihm auch in der Tagesordnung. Und er sagt, ja, ja, die reden halt, das macht aber auch keiner. Und ich habe jetzt schon vereinbart, dass ich auf dieser Strecke verschiedene Ansprachen halten werde und bei verschiedenen Events dabei sein werde. Vor allem möchte ich in Philadelphia die Fahne hissen und darum muss ich hier weiterfahren. Also muss ein neuer Plan her. Kurz vor Baltimore entschuldigt sich Abe schon früh am Abend und zieht sich zurück. Kurz danach kauft eine gewisse Mrs. Barely Schlafwagen-Tickets für sich und ihren sehr großen, sehr kranken Bruder. Und sie zahlt sogar extra mehr, damit der Wagen auch wirklich leer ist und sie den für sich alleine haben. Damit ihr kranker Bruder die Ruhe findet, die er braucht. Und als sie dann zu diesem Bahnsteig kommen, wo sie eigentlich aussteigen und in die Kutsche und umsteigen und zum nächsten Zug fahren müssen, da geht es diesem Bruder leider gerade so schlecht, dass die einzige Möglichkeit ist, dass er im Wagen bleibt und dieser ganze Waggon von Pferden gezogen zum anderen Bahnhof rüberfährt und dort direkt an den Zug angeschlossen wird und die Reise so weitergeht. Das heißt, Abe Lincoln bleibt als dieser Bruder in diesem Waggon und so wird dieses Attentat vereitelt. Kate bleibt die ganze Nacht wach, um ihn zu bewachen und später wird Pinkerton deswegen als Logo ein offenes Auge abbilden und den Spruch »We never sleep« wählen. Und man spricht ja im Englischen noch heute von »Private Eye«, wenn man über Detektivarbeit spricht. Und das ist, weil die Kate die ganze Nacht am Bett des Präsidenten wach geblieben ist, um ihn zu beschützen. Ah, spannend, dass es darauf zurückgeht. »We never sleep«. »We never sleep«. Sehr spooky irgendwie auch, oder? Das ist vielleicht ein Frauenzimmer. Und haben dann die anderen, also die Südstaatler, die ihn umbringen wollten, einfach ewig darauf gewartet, dass der irgendwann mal zu Fuß vorbeimarschiert und der ist dann nicht gekommen? Oder haben die irgendwie mitgekriegt, dass da ein ganzes Zugabteil von Pferden gezogen wird? Ja, sie haben das, glaube ich, schon mitbekommen. Und ob sie das dann irgendwie zuordnen konnten, dass das irgendwie die Finte ist, womit sie da hinters Licht geführt werden, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es gibt irgendwie auch immer wieder Quellen, die irgendwie diese Geschichte so anzweifeln, weil es dann nie zu Verurteilungen kam. Allerdings muss man halt auch sagen, das war nicht die Polizei, das war eine Detektiv. Und die können ja auch nicht verurteilen. Die können ja nicht verurteilen. Und die haben ja auch jetzt keine Tat begangen. Die hatten eine Tat geplant und die wurde vereitelt. Also es kann durchaus sein, dass in der damaligen Zeit das dann einfach gar nicht zur Polizei getragen wurde oder dann irgendwie unter den Tisch gefallen ist. Aber es gibt auch Zitate und Überlieferungen von Linken, die er auch darauf Bezug nimmt. Also er kannte auf jeden Fall Kate. Wirklich? Während des Bürgerkriegs dann wird Pinkerton auch vom Präsidenten zum Head of Union Intelligence Service ernannt. Das ist der Vorläufer des heutigen Secret Service. Das Secret Service wurde dann direkt nach dem Bürgerkrieg gegründet. Und Warren und Pinkerton lösen nach wie vor viele weitere Fälle und zwar als Ehepaar getarnt. Das auch für Pinkerton einen gewissen Schutz gibt, weil der verheiratete Mann, der dann mit seiner Frau unterwegs ist, der wird halt auch kein Detektiv sein. Verstehe, ja. Vielleicht hatten die ja sogar so eine Form von Beziehung zueinander. Auch da gibt es Gerüchte, ob die, also er war verheiratet, auch da gibt es Gerüchte, ob die nicht trotzdem eine Beziehung oder Affäre hatten. Ich finde irgendwie, also man weiß es halt einfach nicht. Aber ich finde eigentlich beide Möglichkeiten, legitim sowieso, aber irgendwie auch ganz interessant, nämlich auch die, dass man sagt, okay, nein, das war einfach wirklich eine Arbeitsbeziehung. Kann man sich ja gar nicht vorstellen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Aber er hat auch viele Bücher geschrieben und auch viel über sie geschrieben. Aber er spricht halt immer von ihren Leistungen und von ihrem beruflichen Können einfach in den höchsten Tönen. Ja, super. Schau, auch das gibt es. Auch das gibt es, ja. Nach dem Krieg nimmt Kate wieder ihre Identität als Wahrsagerin auf. Allerdings leider Gottes nur kurz, denn im Jahre 1868 stirbt sie mit nur ca. 35 Jahren an einer Lungenentzündung. Dann ist sie quasi auch erst kurz nachdem Lincoln ermordet wurde, gestorben. Ja, genau. Schade, dass sie nicht im Theater dabei war, um ihn zu schützen. Das stimmt, das stimmt. Vielleicht war sie einfach nicht so kultur- und kunstinteressiert. Sie hat gesagt, naja, Zugreise von mir raus, aber ein Theaterstück. Im Theater gehe ich nicht. Boring. Aber er hat auf jeden Fall viele, viele Arten Tatsversuche überlebt. Es gab, also anscheinend, der ist sehr im Fadenkreuz gestanden, dieser Mann. Ja, ja, da ist einiges vorgefallen. Interessante Figur, auch für einen anderen Podcast. Ja. Das ist immer spannend. Oh, immer dieses Scheiß im Amsten. Nach Kate Warrens Tod wird sie im Familiengrab der Familie Pinkerton beigesetzt. Was auch einfach diese enge Beziehung, die die beiden hatten, diese Freundschaft ausdrückt. Es kann auch damit zu tun haben, dass vielleicht selbst Pinkerton nicht wusste, wer ihre eigentliche Familie ist. Und nachdem sie ja so früh Witwe wurde, es da niemanden gab. Auf jeden Fall ist sie im Familiengrab beigesetzt von den Pinkertons. Spannend, okay. Und du hast doch auch erzählt, dass sie ihr eigenes Female Bureau hatte. Gibt es davon irgendwelche Berichte oder historische Berichte, was sie da unternommen hatten? Es wurden dann einfach Frauen genauso als Detektivinnen eingesetzt. Und das war halt unter ihrer Leitung. Also es war schon in der Pinkerton Agency. Aber es gab diese Abteilung, wo halt Frauendetektivinnen waren. Allerdings muss man sagen, dass dann nach Pinkertons Tod, dass sein Sohn übernimmt und der dann auch relativ bald diese Female Abteilung schließt, schließen lässt. Der war nicht ganz so progressiv wie sein Vater. Der war nicht ganz so progressiv. Und da gab es dann auch irgendwie Skandale und Aufregungen, dass die Mitarbeiter nicht so gut behandelt werden und so. Also der war dann nicht mehr so cool wie sein Vater. Es gibt allerdings diese Pinkerton Agency bis heute. Es gibt auch eine Homepage. Nein. Wirklich? Verrückt. Und haben sie sich einfach nach dem benannt? Oder ist es wirklich original, Didi von da? Das ist die Original, ja. Crazy. Einen anderen Funfact habe ich noch für dich. Bitte. Die erste Polizistin in den USA gab es dann erst im Jahre 1910. Das hat auf jeden Fall noch gedauert, also es ist viel später. Und diese erste Polizistin durfte auch keine Waffe tragen und wurde nur mit Fällen, wo es um Kinder und Frauen ging, betraut. Na doch schon her. Aber vielleicht auch spannender als Falschparker irgendwie zu strafen. Ja, vor allem Falschparker 1910. Ja, genau. Dein Pferd. Dein Pferd parkt falsch. Aber mir ist alles frei. Egal. Genau. Auf jeden Fall, viele Fälle von Kate sind leider nicht überliefert. Also man weiß gar nicht genau, was sie alles geleistet hat. Das ist halt jetzt eben dieser linken Fall, ist halt auch so der bekannteste. Also die gesamten Akten der Pinkerton-Detektei sind leider in den 1870ern beim großen Feuer in Chicago verbrannt. Damit ist von ihr nicht viel überliefert. Ist aber auch irgendwie ganz schön zu diesem Mythos von der Detektivin, der Spionin mit den unterschiedlichen Identitäten, dass die ganze Wahrheit über ihr Leben einfach verschwunden ist und verschütt gegangen ist. Aber sie hat wohl schon auch einige Skills gebraucht. Also weil ich jetzt gerade Schauspielerin gesagt habe. Ja, sie war auch in einer Theatergruppe. Sie ist so. Man muss, glaube ich, einiges drauf haben für das, wie sie das in der Zeit vor allem auch bewerkstelligt hat, weil sie ja einerseits das System kennen muss, wie das mit funktioniert. Wenn sie das wirklich war, die gesagt hat, hey, ich habe diese Idee mit dem großen Bruder und dem Zugabteil. Also auf so eine Idee kommst du ja nicht, wenn du nicht irgendwie eine Ahnung hast von, wie funktioniert das und wie kann man das Zugabteil wirklich so verschleppen lassen. Und den Akzent musste sie wirklich glaubhaft gemacht haben. Ja, es hat sich da auch ja dann irgendwie anscheinend recht lange der Recherche über Wahrsagersprech hingegeben. Ja, stimmt, genau. Also auch da einfach gut recherchiert. Du musst, glaube ich, voll der Menschenkenner sein, wenn du solche Arbeiten tätigst. Ja, und es geht ja oft genug einfach auch um dein Leben, wenn du in einer anderen Identität drinnen steckst gerade, wenn du da auffliegst. Also sie war dann auch mit zwei Kollegen unterwegs und hat da Fälle gelöst und da ist dann auch der eine enttarnt worden und wurde ermordet und so. Also es war schon auch lebensgefährlich, was sie getan hat. Das ist schon ein stressiger Beruf, oder? Ja, das klingt halt irgendwie so schön romantisch und so, weiß ich nicht, so Agatha Christie-mäßig, aber es ist halt Leben und Tod. Gut, erstens das und gerade deshalb glaube ich, dass so eine enge Beziehung, wie die sie zum Beispiel zum Pinkerton hat, umso wichtiger ist oder umso enger sein muss, weil du ja sonst eigentlich niemanden auf der Welt hast, dem du so Vertrauen schenken kannst. Weil du ja bei jeder Person, die du triffst, so aufpassen musst, welche Informationen du mitteilst. Ja, ja, total, ja. Das war das Leben der Kate Warren. Ja, danke für diese wundervolle Biografie, für dieses sehr spannende Vibesbild, diese Bitch-Queen, die du für uns rausgesucht hast. Sie war wirklich eine Bitch-Queen. Dann entführe ich dich jetzt weiter in den nächsten Block. Entführen ist ein sehr gutes Stichwort für den nächsten Block, weil ihr könnt euch vorstellen, worum es gehen wird. Ja, es wird um Geheimdienste, Geheimdienstarbeit und Whistleblown gehen. Die Vera und ich haben recherchiert zu den Themen Geheimdienste, verdeckte Ermittlungen. Und was noch so in dieses Thema mit hineinfließen könnte. Genau, genau. Sehr spannend, ganz was anderes. Ja, ich fange jetzt, wie in letzter Zeit immer, beim zweiten Teil an mit einem schnellen historischen Abriss zu dem Thema, um das Ganze ein bisschen einzuordnen. Es ist so, dass halt politische und militärische Geheimnisse in der Geschichte immer schon von großem Interesse waren. Und diese Informationen zu sammeln und auszuwerten immer wichtig war, sei das jetzt in anderen Ländern oder im Inland. Und auf jeden Fall, das ist halt die Tätigkeit, die Geheimdienste auch noch heute tun. Wie schon angedeutet, es gibt eben diese Unterscheidung zwischen Auslandsgeheimdienst und Inlandsgeheimdienst. Das heißt, Auslandsgeheimdienst, da geht es eben um Konflikte mit anderen Ländern und darum, Informationen von deren Regierungen, von deren Plänen zu bekommen. Und es gibt auch einen Inlandsgeheimdienst, da geht es darum, Leute im eigenen Land zu beschatten und deren Pläne aufzudecken. Oder eben geplante Straftaten früh zu erkennen. Seit wann es jetzt Spionage gibt, das ist schwer zu beantworten, weil das gab es eben schon immer, weil diese Informationen immer schon für die Mächtigen wichtig waren. Man kann es auf jeden Fall schon zurückführen in das antike Ägypten, wo es zum Beispiel zu dem Zeitalter des Neuen Reiches ganz viele Augen des Pharaos gab. Hast du gesehen? Asterix, ja. Habe ich auch dran denken müssen. Asterix und Kleopatra, der Spion. Der Spion, der war super, der immer wie die Wand, die Farbe der Wand hatte. Ein Chamäleon. Ein Chamäleon, genau. Der war auch ein Auge des Pharaos oder der Pharaonin in diesem Fall. Es gibt Quellen, dass es bei den Persern schon zur Spionage kam. Hannibal hat ja auch die Römer ausspioniert und hat auch nur so seine Triumphe feiern können. Wir hatten ja auch eine ganz spannende Folge zu einer Spionin, einem Spionen. Ja, genau. Genau, das ist dann etwas später. Das ist Deon. Genau, also falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, das ist Ritterin im Korsett gewesen. Aber jetzt lass dich nicht unterbrechen von mir für Eigenwerbung. Für Eigenwerbung ist immer Zeit. Sondern erzähl uns gerne weiter. Ja, noch bevor das Zeitalter von Deon war, haben auch im Mittelalter tatsächlich Priester und Mönche spioniert. Das heißt, die haben sich da wohl nicht so an die Gebote gehalten, von wegen man soll nicht lügen. Wahrscheinlich auch nicht so ans Beichtgeheimnis dann in diesem Fall. Ja, auf jeden Fall, die waren auch zweigleisig unterwegs, würde man heute sagen. Kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass Personen der Kirche vielleicht auch unmoralisch handeln. Da war ich echt erschüttert jetzt, als ich das gelesen habe. Auf jeden Fall, diese Priester, einerseits natürlich total überraschend, dass die fragwürdig handeln. Andererseits natürlich auch praktisch, weil die gut vernetzt sind, über die gesamte bekannte Welt hin, oder die gesamte christliche Welt hin, gibt es halt irgendwie Priester, die auch per Post vernetzt sind. Und sie gehören ja auch zu den wenigen Leuten im Mittelalter, die halt auch lesen und schreiben können. Also auch so kann Information wirklich weitergetragen werden. The original networker. Ja, genau, the original networker. Na, kannst du vorstellen? Eben, die waren ja eigentlich Priester und Mönche, die hatten also eigentlich einen Brotberuf und haben dann nur so nebenbei noch spioniert, dass es wirklich ein Fulltime-Job wurde. Das war dann erst im 16. Jahrhundert unter Queen Elisabeth I. Da gab es einen gewissen Walsingham, der die Queen vor päpstlichen Attentaten schützen sollte und der kodierte Briefe abgefangen und entschlüsselt hat. Und auch in Frankreich beginnt zu diesem Zeitpunkt die Postüberwachung. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du den Begriff Black Chamber. Da ging es halt darum, dass es eine eigene Abteilung, eine eigene Kammer eben bei der Post gab, wo dann eben Briefe abgefangen, gelesen, geöffnet, geschlossen, weitergeschickt wurden. Und in Wien hieß das Ganze… Metternich-Regime. Unter Metternich, sehr richtig, sehr richtig, hatte den Namen Ziffernkanzlei. Ah ja, genau, das habe ich irgendwo im Geschichtsunterricht mal gehört, glaube ich zumindest. Die Methoden waren eben früher tatsächlich hauptsächlich, dass irgendwie Briefe geöffnet wurden, Post abgefangen wurde, Observierungen natürlich und das Belauschen. Später dann mit der technischen Entwicklung wurde das Feld einfach auch viel größer, weil dann kam Telegrafie dazu und Fotografie und auch noch später Telefonie. Das heißt, es gab dann noch andere Möglichkeiten, da Quellen anzuzapfen und es war halt der Mensch nicht mehr die einzige Quelle, um an Informationen zu kommen. Natürlich auch ganz wichtig im Zweiten Weltkrieg, Spionage. Da ist vielleicht Enigma vielen ein Begriff. Das war dieses Codierungssystem der Wehrmacht. Da gibt es auch einen Film dazu. Genau, mit Cumberbatch. Ja, genau. Wo es darum geht, dass die halt Enigma entziffern wollen. Die Briten haben das zuerst gar nicht zu ernst genommen und haben dann erst gemerkt, ah okay, da gibt es irgendwie was, wo wichtige Informationen vor unseren Augen an uns vorbeigehen und wir können es nicht lesen. Und sie haben das dann eben dechiffriert und konnten dann so die Schlachtpläne der Nazis in Afrika entdecken. Das heißt, es waren halt wirklich kriegsentscheidende Informationen und kriegsentscheidende Ereignisse, die da passiert sind. Heftiges Thema auf jeden Fall. Spionage in der Historik. Die blühte Zeit der Spionage war auf jeden Fall der Kalte Krieg. Aha. Da hat sich Ost und West einfach nichts geschenkt auf dem Spionagefaktor, muss man sagen. Zum Beispiel hat der CIA zumindest achtmal versucht, Fidel Castro zu ermorden. Und zwar mit vergifteten Zigarren. Weil der mit Zigarre geraucht hat. Oder auch mit einem innen vergifteten Taucheranzug. Castro hat das aber alles immer überlebt. Er selber hat gesprochen davon, dass er über 600, wenn nicht 628 Attentate oder so überlebt hat. Bekannt war dann auch das Regenschirmattentat. Das war in London während der Zeit des Kalten Krieges, wo einem Bulgaren, Markov hieß der, mit einem Regenschirm Gift ins Bein gespritzt wurde, woran er dann auch gestorben ist. Das war dann eine Tat des KGB und des bulgarischen Geheimdienstes. Und natürlich Hotspot im Kalten Krieg war Berlin. Und in Berlin selber waren angeblich mehr als 10.000 Spione alleine in den 50er Jahren im Einsatz von allen möglichen Ländern. Und da ist vielleicht auch einigen ein Begriff. Die Klinikerbrücke, da kam es dann zum legendären Agentenaustausch. Das heißt, jeder hat im eigenen Land gegnerische Spione irgendwann festgenommen. Die sind aufgeflogen. Und dann wurde an der Brücke, wurden die dann so rübergeschickt und wieder nach Hause geschickt. Heutzutage sind die Hauptfelder von Spionage eigentlich Wirtschaftsspionage und Terrorismusbekämpfung. Die Vero hatte auch noch was gefunden, wie das heute in Österreich so ist. Ich habe vor allem noch einen Gesetzestext zur verdeckten Ermittlung gefunden, weil verdeckte Ermittler sind ja Polizisten, die einfach eingesetzt werden. Und das ist so typisch diese Undercover-Arbeit, die man halt auch in Serien und in Filmen immer wieder mal mitbekommt. Und ich lese mal kurz den Gesetzestext vor, falls euch das zu sehr verwirrt, keine Sorge. Ich versuche das nachher kurz zusammenzufassen und zu erklären, weil Gesetzestexte nicht immer so einfach sind. Aber man kriegt schon ein bisschen mit. Also Paragraf 131 der Strafprozessordnung in Österreich ist verdeckte Ermittlung. Verdeckte Ermittlung ist zulässig, wenn sie zur Aufklärung einer Straftat erforderlich erscheint. Eine systematische, über längere Zeit durchgeführte verdeckte Ermittlung ist nur dann zulässig, wenn die Aufklärung einer vorsätzlich begangenen Straftat, die mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht ist oder die Verhinderung einer im Rahmen einer kriminellen oder terroristischen Vereinigung oder einer kriminellen Organisation geplanten Straftat ansonsten wesentlich erschwert wäre. Soweit dies für die Aufklärung oder Verhinderung unerlässlich ist, ist es auch zulässig, nach Maßgabe des Paragraf 54a SPG Urkunden, die über die Identität eines Organs der Kriminalpolizei täuschen, herzustellen und sie im Rechtsverkehr zur Erfüllung des Ermittlungszwecks zu gebrauchen. Der verdeckte Ermittler, ist hier nicht gegendert, ist von der Kriminalpolizei zu führen und regelmäßig zu überwachen. Sein Einsatz und dessen nähere Umstände, soweit Auskünfte und Mitteilungen, die durch ihn erlangt werden, sind in einem Bericht oder in einem Amtsvermerk festzuhalten, sofern sie für die Untersuchung von Bedeutung sein können. Wohnungen und andere vom Haus recht geschützte Räume dürfen verdeckte Ermittler nur im Einverständnis mit dem Inhaber betreten. Das Einverständnis darf nicht durch Täuschung über eine Zutrittsberechtigung herbeigeführt werden. Das bedeutet im Endeffekt, es gibt verdeckte Ermittlungen in Österreich, aber es kann nicht einfach jeder einfach rausgehen und verdeckte Ermittler werden. Es darf auch nicht jeder Polizist auf einmal einfach rausgehen und verdeckte Ermittler werden. So wie es derzeit aussieht, wird das vorrangig für organisierte Kriminalität und Terrorismusbekämpfung, so wie die Stefanie das vorhin schon mal kurz angedeutet hat, herangezogen. Es gibt da auch noch den Unterschied zwischen verdeckter Ermittlung und Informant oder in Deutschland sagt man V-Mann dazu. Die verdeckten ErmittlerInnen entstammen der Polizei, also sind behördlich und arbeiten für die Behörde der Polizei. Und ein Informant oder wie gesagt, wie in Deutschland, der V-Mann ist von außerhalb, also ein Informant, der von außen dazukommt, sozusagen das, was die Kate eigentlich gemacht hat, weil sie ja auch nicht der Polizei dem Organ angehört hat. Ja, ja. Für die Prozesse wird es da dann eben wieder eine heidene Arbeit, weil du halt natürlich auch schauen musst, okay, wie anonym müssen die bleiben und woher kommt überhaupt die Information und kann man deren Hinweisen überhaupt trauen und so weiter und so. Also das ist nicht einfach, sage ich jetzt mal, aus juristischer Sicht. Ja, was auf jeden Fall allerdings das Ganze einfacher gemacht hat, jetzt nicht aus juristischer Sicht, aber aus Spionsicht. Jetzt auf jeden Fall das Internet. Wir alle haben mit einem kleinen Häkchen all unsere Daten und unsere Seelen verkauft. Das ist alles aufzufinden im Internet. Die bösen, bösen Cookies. Die bösen, bösen Cookies, ja. Internetspionage ist natürlich ein großes, großes Feld. Es ist inzwischen auch so, dass da offizielle Geheimdienste schon auch Regeln unterworfen sind und es da inzwischen rechtliche Grundlagen gibt. Da habe ich glaube, gerade in der Anfangszeit vom Internet war das halt Schlaraffenland so. Das Internet hat ja irgendwie alles überholt. Und gerade in Bezug eben auf Datenspionage, Datensicherung gab es ja dann auch einen großen Skandal und zwar bezüglich der NSA. Und da wurden nämlich die Methoden enthüllt von einem gewissen Edward Snowden. Und auch über den hat die Vero oder über das Whistleblown an sich, das er da getan hat, hat die Vero jetzt noch einige Infos für uns, auf die ich schon sehr gespannt bin. Ja, danke, dass du diese Brücke gebaut hast quasi. Ja, der Begriff Whistleblower wird immer bekannter. Und ich habe mir halt gedacht, ich versuche das einfach mal mit reinzunehmen in diese Thematik, weil man oder Frau vielleicht noch nicht ganz so viel davon weiß. Der Begriff Whistleblower bezeichnet eine Person, die geheime Informationen, welche die Öffentlichkeit betreffen, veröffentlicht. Dabei kann es sich um verschiedene Missstände, Verbrechen oder Gefahren handeln, über die der jeweilige Whistleblower häufig durch seine Stellung oder Tätigkeit Kenntnis erlangt. Zumeist handelt es sich bei derartigen Veröffentlichungen um solche von Behörden oder großen Unternehmen, welche diese Informationen der Öffentlichkeit vorenthalten. Also nochmal kurz in eigenen Worten. Whistleblower sind Personen, die zu Informationen kommen, oft weil sie für eine Firma arbeiten oder weil sie für eine Behörde arbeiten oder für ein großes Unternehmen, für ein großes System arbeiten oder das irgendwie mitbekommen. Und die sagen, da läuft was nicht in Ordnung. Das geht so nicht. Und dieser ganze Betrieb, dieses ganze System, was auch immer, betrügt die Öffentlichkeit auf eine Art und Weise. Und daraufhin hat man dann eben irgendwann mal die persönliche Entscheidung, gehe ich damit an die Öffentlichkeit oder versuche ich im System zu bleiben und irgendwie mir meinen eigenen Weg da durchzuarbeiten. Und das Problem ist, dass in dem Moment, wo du dich dazu entscheidest, sagst, nein, das ist falsch und das ist ungerecht und ich muss da an die Öffentlichkeit rausgehen, stellst du dich auch einer extremen, immensen Gefahr aus, weil dein Leben von nun an erstens nicht mehr 100 Prozent sicher ist, sondern dann können die natürlich auch auf deine Familie losgehen und du wirst wahrscheinlich auch nie wieder einen Job bekommen in diesem Bereich. Also ich gebe gleich als Beispiel gerne an, da gibt es eine ganz coole Doku, die auch auf YouTube zu finden ist, dauert nur eine halbe Stunde und die hat auch einen recht treffenden Titel, der nennt sich Whistleblower allein gegen das System und so fühlst du dich dann dementsprechend auch. Da gibt es eben einen Whistleblower zum Beispiel in der Schweiz, der Daten einer Bank veröffentlicht hat, die nicht in Ordnung waren und in der Schweiz gibt es aber das Bankgeheimnis. Und dementsprechend hat er eine Straftat begangen und so ist es nämlich meistens, die begehen eine Form von Straftat, weil sie Informationen teilen, die sie nicht teilen dürfen, aber im Auge oder im Blicke der Öffentlichkeit werden sie im Nachhinein zu Heroes oder halt werden als HeldInnen angesehen, weil sie eben etwas mit der Öffentlichkeit teilen, was uns zukommen sollte. Ja, was uns was angeht und was uns betrifft einfach. Absolut, aber das ist einfach eine sehr moralische Frage. Und auf Mitarbeiter, die eben Fragen stellen und Informationen sammeln und da irgendwie sagen, da ist was nicht in Ordnung, wenn du dich nämlich zum ersten Mal innerhalb der Firma zuerst mal umorientierst und sagst, hey, was ist da los, haben die Unternehmen meistens nur eine Antwort, man stellt sie kalt, also sie sägen dich ab, du wirst irgendwann mal einsam, du wirst isoliert und dann hast du irgendwann mal gar keine Arbeit mehr. Und das ist eben auch das Problem, du findest in dem Bereich, in dem du ja eigentlich Profi bist, dann auf einmal keine Arbeit mehr, weil ständig dieses, ich habe Informationen geteilt, an deinem Namen heftet. Und es frisst halt auch extrem viel Energie, sich ständig beweisen zu müssen, dass du recht hast, also dass du nicht irgendwie paranoid bist oder dir irgendwas einbildest, sondern dass du halt wirklich Informationen gesammelt hast, die das beweisen. Deren einziges Druckmittel ist dann eben die Öffentlichkeit und dann geht dieser Shitstorm los. Na, kannst du vorstellen. Da gab es auch das Interview von einem Herrn aus der OECD-Arbeitsgruppe Bestechung, der meinte, dass er schon viele Whistleblower getroffen habe und sich für die eben auch einsetzen möchte und sehr hinter denen steht. Er sagt aber auch dazu, keiner von denen hatte bis jetzt ein Happy End. Also sie haben uns vielleicht Millionen Dollar oder Euro gespart, sie haben vielleicht sogar Leben gerettet, aber am Ende haben sie gelitten. Also Edward Snowden hat ja dann auch irgendwann einmal aus seiner Anonymität herausgekommen, sagt er zumindest so, um da irgendwie mehr Schutz zu finden, dadurch, dass er nicht mehr anonym ist und dass er dann eben gesetzesmäßig mehr Kraft aufstellen kann. Das halt auffällt, wenn er verschwindet. Genau, richtig. Und das ist eben auch oft passiert, dass Whistleblower auf einmal komischerweise Suizid begangen haben sollen oder irgendwo verschwunden sind, Unfälle hatten. Und ja, es hat auch erst Jahre gedauert, bis dass es eben eine Form von Idee gibt, wie man Whistleblower unterstützen könnte. Aber man stellt sich eben auch die Frage, warum sind die Infos und warum sind Unternehmen wichtiger als Menschen und warum gibt es so wenige schützende Gesetze für WhistleblowerInnen? Kann bitte einmal irgendjemand an die Frauen denken. Und ich möchte noch ganz kurz ein aktuelles Beispiel auch noch mitgeben, weil wir ja hier der Vibesbilder-Podcast sind. Und obwohl wir von einigen männlichen Whistleblowern jetzt schon gehört haben, gerade ganz aktuell gibt es ganz viele Zeitungsberichte und Infos und Nachrichten über eine Whistleblowerin namens Frances Haugen. Das war die Facebook-Whistleblowerin. Sie hat einige Zeit lang bei Facebook gearbeitet und zuvor schon bei anderen sozialen Medien wie Pinterest und Google und hat gemeint, nirgendwo war es aber so heftig wie bei Facebook, weil Facebook ja auch interne Statistiken macht und nachschaut, wie kommen wir zu mehr Geld und was ändert sich so. Und sie hat gemeint, was sie halt so heftig empfunden hat und was sie dann eben öffentlich gemacht hat, ist, dass Facebook halt gezielt Profit vor Wahrheitsinformation stellt und vor den Schutz von anderen Menschen. Es ist ein großes Feld und ein sehr komplexes Thema. Ich werde jetzt aber konkret zwei Beispiele benennen, die sie da eben auch mit gemeint hat. In Myanmar wurde Facebook benutzt, um einen Genozid zu starten. Also das lief dann unter dem Titel Ethnische Reinigung. Unmengen von Menschenleben hat das gekostet. Menschen wurden umgebracht. Das wurde auf Facebook organisiert. Und Facebook weiß auch, dass gewisse Hassbotschaften einfach stattfinden und können aber nur einen geringen Umsatz wirklich verhindern. Da meinst du auch einfach, die Hassbotschaften halt mehr Klicks bringen auch. Genau, darauf wollte ich auch hinaus. Das hat sie eben auch ganz klar gemacht, dass je mehr emotionale Komponenten ein Artikel, ein Bericht, ein Kommentar oder was auch immer erzeugen kann, umso mehr Menschen schauen hin, umso mehr Klicks gibt es, umso mehr Feedback gibt es und umso mehr Geld macht Facebook. Und sie haben gesagt, es gibt halt keine Emotion, die so viel Klicks und Geld bringt wie Wut. Und dementsprechend werden auch Hassnachrichten, Botschaften auch nicht eingedämmt bei Facebook. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass Menschen aggressiver werden, radikaler werden, Botschaften radikaler werden. Und eine Zeit lang hat Facebook versucht, das irgendwie ein bisschen einzudämmen. Und gerade zur US-Wahl zuletzt haben sie da irgendwie versucht, die Messages ein bisschen zu normalisieren oder zumindest auf ein weniger radikales runterzubrechen. Das wurde nach der Wahl dann quasi wieder aufgehört. Und kurz darauf ist dann das Kapitol gestürmt worden. Und ja, wie gesagt, es wird einfach ständig benutzt, um Hassbotschaften zu spreaden und macht bei uns vielleicht auch eine Form von Spaltung der Gesellschaft, weil wir einfach immer radikaler werden und immer mehr in diese Richtung gehen und sich unser Klickverhalten dementsprechend auch anpasst. Und eine zweite Sache, die sie da auch rausgebracht hat, was für unsere HörerInnen interessant sein könnte, ist, dass Facebook Statistiken aufgebracht hat. Instagram gehört ja mittlerweile zu Facebook. Meta. Genau. Und die haben eine Statistik zu Instagram rausgefunden, dass es wirklich Zahlen gibt, die belegen, dass Instagram schädlich für junge Frauen ist, vor allem junge Frauen, die ein Problem haben mit ihren eigenen Körpern, die unter Anorexie leiden, die unter Bulimie leiden und die sich selbst Schaden zufügen, die sich selbst verletzen. Und dieses selbstverlässende Verhalten wird bestärkt durch Instagram, durch Körper, die dargestellt werden, die nicht der Wahrheit entsprechen, durch ein Bild von Frau, dass sie versuchen nachzueifern. Und das wird halt einfach immer Ärger und Ärger. Und das erzeugt auch eine Massendepression von diesen jungen Mädchen, die eben sehr starke Probleme mit sich selbst haben. Und davon gibt es eben Daten und Fakten mittlerweile. Die hat Facebook auch, hat aber eben dementsprechend auch noch nicht wirklich was unternommen, um Instagram safer zu machen für junge Frauen. Ja. Aber Facebook ist auf jeden Fall auch, wäre eigentlich fast für eine eigene Sendung wieder ein Thema, weil da gibt es ja wirklich wahnsinnig viel mit eben, Genozid ist, glaube ich, wirklich so ein trauriger Höhepunkt. Ich habe es versucht, so kurz wie möglich zusammenzufassen, aber es ist eben auch eine Whistleblowerin, die eben diese Daten geleakt hat. Meine Fresse, die war aber mutig. Es geht da halt einfach dann eben um Wissen und um Daten, die die Bevölkerung etwas angehen. Und deshalb ist es auch aus journalistischer Sicht natürlich wichtig, das zu teilen. Aber wie ist denn das dann rechtlich? Gerade zur Rechtslage ist es auch national immer ein bisschen anders. Also man versucht eben jetzt EU-Richtlinien einzuführen, die eben jetzt 2021 umgesetzt werden sollen. Da gibt es auch recht einen aktuellen Artikel im Standard, der eben Anfang November rausgekommen ist, dass eben sich bis Dezember da einiges tun sollte, um WhistleblowerInnen zu schützen, wo man eben nicht genau weiß, wie viel wird da jetzt umgesetzt werden. Und da wurde ein Forensiker, ein IT-Forensiker interviewt, ein Mann namens Christoph Wabel. Und ich zitiere jetzt einfach mal ganz kurz. Der Standard fragt, nicht anzunehmen, dass Österreich bei der Umsetzung der Richtlinie mehr als die Mindeststandards umsetzt und Goldplating betreibt wie bei anderen Bereichen, oder? Wabel, ich befürchte nicht, Österreich wird die Mindeststandards ins Gesetz übernehmen und damit eine große Chance vertun. Es wird spannend bleiben, wie es weitergeht da in Zukunft und wie wir zu unseren Informationen kommen und wie Personen, die vielleicht mit dem Gesetz in Konflikt kommen, später mal gefeiert oder eben nicht gefeiert werden. Ja, ein spannendes Thema auf jeden Fall, sowohl WhistleblowerInnen als auch verdeckte Ermittlungsspionage ist nicht umsonst ja auch Stoff für viele Filme, Bücher und Serien. Absolut. Ich möchte an dieser Stelle auch dann gleich meinen Playlist-Wunsch äußern. Bitte macht das, ich bin schon sehr gespannt. Es ist natürlich ein wenig aufgelegt und vielleicht heute nicht so kreativ, aber es ist ein cooler Song von einer coolen Interpretin und zwar No Time To Die von Billie Eilish. Ja, der aktuelle James-Bond-Song. Ja. Ja, James-Bond-Songs haben halt auch einfach was Episches. Ja, auf jeden Fall. Und sie sind auch immer sehr sexy. Genau. Ich gebe natürlich auch gerne meinen Senf dazu, wenn ihr ihn haben wollt, was Filme und Fernsehen betrifft. Zum Thema verdeckte Ermittlung ist The Departed ein Must-See-Movie meiner Meinung nach. Großartiger Film mit DiCaprio und Jack Nicholson. Zum Thema Whistleblowing würde ich sagen, eine meiner absoluten Lieblingsfernsehserien, Mr. Robot. Auf Amazon Prime kann man sich das ansehen. Mit Rami Malek. Das ist der, der dann späteren Freddie Mercury gespielt hat. Aber viel besser war er noch meiner Meinung nach eben in der Rolle des IT-Technikers in der Serie Mr. Robot. Ich habe auch noch einen Serientipp und zwar mit dem einfachen Titel Undercover. Es ist eine dänische Netflix-Serie mit zwei Staffeln. Auch sehr spannend und unterhaltsam. Sehr cool. Diesmal ist es Spannung pur, oder? In unserer Folge. Auf jeden Fall. Mir ist auch während der Folge eingefallen, wie ich als Siebenjähriger mit meinem Cousin zusammen meine Großeltern abgehört habe. Mit so einem großen, bunten Plastikkassettenspieler. Dann haben wir mich unter dem Sofa versteckt und auf Rekord gedrückt. Und dann haben wir uns wieder davon geschlichen. Auch cool. Mein Cousin hat ihn versteckt und ich habe währenddessen irgendwie Geschichten erzählt, um die Großeltern abzulenken. Süß. Ach, ich habe eine Detektivkarriere hinter mir bereits. Ja, fantastisch. Okay, wenn du schon so lustig witzelst und lachst, ist mir jetzt auch gerade noch was eingefallen, was ich eigentlich auch noch gerne teilen möchte, um mal was Komödiantisches anzuwerben. Und zwar ist das Brooklyn Nine-Nine, die mittlerweile abgedreht worden ist. Aber da gibt es auch eine Staffel, wo der Hauptcharakter Undercover geht, um Informationen aus der Mafia rauszuholen. Und es passiert natürlich vieles in dieser Serie. Und es ist wenig Undercover-Arbeit, aber das ist mir gerade eingefallen. Und wenn man irgendwie abends schon voll mit schlechten Informationen ist und Corona-Lockdown und was auch immer, dann ist es einfach so viel angenehmer, sich vor den Fernseher zu setzen und einfach nur lachen zu können und halt das Hirn auszuschalten. Und da kann ich Brooklyn Nine-Nine nur weiterempfehlen. Ich hoffe, ihr hattet mit uns auch was zu lachen heute. Ja, hoffe ich natürlich auch. Ich hoffe, ihr habt nicht das Hirn ausgeschaltet. Ich habe mich auf jeden Fall sehr amüsiert mit dir, Stefanie, wie immer. Ja, ich fand es auch toll. Wenn ihr uns das mitteilen wollt, dass ihr das auch toll gefunden habt oder was ihr nicht toll gefunden habt oder einfach andere Geschichten noch dazu ergänzen wollt, wir sind erreichbar einerseits über Instagram auf unserem Channel vibesbilder.podcast. Da könnt ihr uns abonnieren. Wir freuen uns darüber, ein paar Abonnenten dazu zu bekommen. Ja, abonnieren könnt ihr uns auch natürlich und unbedingt auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Da einfach auf das Herzchen drücken oder auf Abonnieren oder Bewerten mit vielen Sternchen und netten Worten. Da freuen wir uns immer sehr darüber. Genau. Und wenn ihr uns persönlich erreichen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch ganz klassisch per Mail machen. Und zwar geht das an uns beide an info at vibesbilder-podcast.com Oder ihr schreibt nur an die Vero, weil ihr zum Beispiel ein Vibesbild vorschlagen wollt für eine der nächsten Folgen. Dann ist das an vero at vibesbilder-podcast.com Oder ihr wollt nur der Stefanie schreiben, weil ihr zum Beispiel ihre Recherchearbeit loben wollt. Dann schreibt ihr an Stefanie mit F Stefanie at vibesbilder-podcast.com Das kann ich da nicht lesen. Genau, genau, so ist es. Genau, genau. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube, das war's. Jetzt können wir feiern gehen. Dann gehen wir jetzt feiern. Juhu. All ihr Bitches und Grüns da draußen. Lasst es euch gut gehen. Und jetzt Dance Party. 1, 2, 3, ciao. 1, 2, 3, 1600 Jus könnte es gut gehen. Bis zum nächsten Mal.